So, liebe Leute, falls ihr mal Mainz besuchen solltet, wisst ihr, woran ihr erkennt, dass ihr einen DÜVAK M8C bekommt? Guckt mal auf die Linie. Linie 51 hat ja so einen Kreis, so einen Kringel. Und wenn wir jetzt mal gucken... Bingo! Und da ist einer. Seht ihr? Die M8C sind vorausschaubar. Also, viel Spaß, falls ihr mal nach Mainz fahren solltet. Ich hatte meinen Spaß gehabt.